Tigerauge Tigerauge der war richtig teuer gelesen und das ist eben wie gesagt diese hier ist die Brust hier ist die können Sie diesen Verschluss prüfen ob es ordnungsgemäß geht ich muss nur gucken welche Öffnung da ist hier sind auch noch ja der geht schauen Sie der ist zu der ist zu hier an der Seite wenn Sie öffnen hier unten ist er ganz unten hier unten rein und hier zu machen genau ja das habe ich eben schon gezeigt die ist noch da einmal machen wir drei Euro für diese zwei also da ich muss sagen zwei Euro hätte ich schon gern pro Teil weil ich weiß ja weil ich weiß auch die da die ist von meiner Oma noch also da weiß ich ja ok dann vier Euro für beide ja genau alles klar ich suche alte Broschen das nächste Mal ich frage meine Mama die hat auch viele viele Broschen noch bringe ich mal mit ich bin öfters mal TG Halle TG sehen wir das nächste Mal wieder das nächste Mal ich brauche was aus 50er 60er genau ich habe eine Kette aus du hast eine Kette warte mal sie hat nämlich nächstes Mal passiert es im März hier genau ja und sie sind da in diesem genau also hier irgendwo stehen wir sichtlich kann ich verwählen das haben wir aus den 50er Jahren noch das ist nämlich von meiner Mama ja ok dann nächstes Mal komme ich mit meiner Frau und dann hoffentlich treffen wir uns bestimmt die mit den langen Haaren wo ich sichtlich fotografieren ich sehe sie ich erkenne sie alles klar sie müssen nur mit diesem Teil gucken dann weiß ich sie sind das alles klar ok gut danke schön danke danke ich bin zufrieden 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 ich habe eine kleine Kette von ihr von der Frau von der Frau von der Frau von der Frau bei dem Вот это очень древняя, круглая такая вот брошь. Народец расходится уже потихоньку, да я сейчас тоже погоню. Сейчас посмотрим эту серию как-нибудь. Я вообще не было особо желания конечно мне бегать. Вот какая классная вещь. Голова. 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 Was kostet diese Figur in Dernmitte? Hier? 15 Ich habe 20 Welche Marke ist das? Steht was unter? Rumänisch oder? Wissen Sie nicht? Nein, nein, nicht deutsch Gibt es einen Aufkleber da? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist wunderschön Ich habe eine, aber noch eine kleine wie die Die kleine zahlen 15 Euro 15 Euro Das ist wunderschön Das ist wunderschön Das ist wunderschön Das ist wunderschön Ich kann nichts beschädigen Nun nichts Ich kann wenig abputzen Aber so ist nichts dran Was ist das? Haben Sie eine Lupe vielleicht? Nein Sehr interessant Welche Herstellung ist das? Hans, weißt du was da drin steht? Hast du deine Brille? Siehst du nicht? Nein Nein Sie auch nicht Und ich sehe schon drei, zwei Minuten Du händest nicht vorst Du sprichst sprichst im Mund etwas Warn Wie mal das ist Was? 15 Aha Koffiemolka-Taskraio стоит 15 Es ist noch nicht Es ist noch nicht Tailand Aber schon Also kann man nichts sagen Ich suche was aus Rumänien Oder aus Deutschland Bestimmt Südwib Ja sehr schön Sehr sehr schön Ja Dankeschön Thailand Na Thailand Und 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 so, ich werde sie mitnehmen jetzt auch die Kassette sind noch sind, aber, ne? so, die Kassette sind noch so, wie sie sich mitnehmen 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 Da geht nix kaputt. Schatzschlafaugen. Für so kleine Kinder ist die immer schön. Hier ist eine interessante Tarte. Bavaria. Was soll die Telekosten? 6 Euro. 6 Euro. Das ist gut. 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 Okay. Okay. Das ist gut. 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 Ja. Das ist gut. so, Leute, всем пока я поехал чашечки сейчас заберу вот этот Mr. McDuck вам желает всего самого хорошего, будьте здоровы и живите богато заходите в гости и всем пока